Mein Telefon hatte ununterbrochen mit Nachrichten von Jungs aus meiner Klasse gebrummt. Ich legte es beiseite und schaute, was ich anziehen wollte. Wie auch immer, ich hatte bereits einen tollen Freund Louis und ich hatte viel wichtigere Dinge, auf die ich mich konzentrieren wollte, als diese Jungs. Hi, ich bin Mia und mein Leben in der Highschool war einfach perfekt. Alle Jungs in der Klasse schwirrten um mich herum und sagten mir, wie toll ich sei. Das liegt wahrscheinlich an meinen italienischen Genen von Oma. Es stellte sich heraus, dass ich noch etwas anderes von ihr geerbt hatte und mein Leben wurde zu einem Albtraum. Am Tag meines Vorstellungsgesprächs wartete ich und war etwas aufgeregt und ängstlich. Es war soweit, ich sah zwei Männer auf mich zukommen. Ich sah ihre Gesichter und plötzlich spürte ich, wie mich der Schrecken packte. Sie hatten die Gesichter von Dämonen und starrten mich an. Ich geriet in Panik und verließ so schnell ich konnte das Büro. Ich hörte, wie einer von ihnen lachte und sagte, ich hab dir doch gesagt, der Bart sieht unheimlich aus. Sieh nur, was du dem armen Mädchen angetan hast. Zu Tode erschrocken rannte ich nach Hause, um es Mama zu sagen. In diesem Moment bemerkte ich aber ein Teufelsweib neben ihr auf dem Sofa. Mama sagte, das ist ihre neue Freundin. Ich drehte durch. Mama, geh weg von ihr, sie wird dir wehtun. Oh. Mom sah entsetzt und wirklich wütend aus. Mia, was ist los mit dir? Geh in dein Zimmer, wir reden später. Geh jetzt. Nach einer Weile kam sie in mein Zimmer, wo ich unter der Bettdecke war. Sie setzte sich langsam aufs Bett und ihr Gesicht wurde blass. Das ist unmöglich, sagte sie. Das ist ein Fall unter Millionen. Völlig verwirrt, fragte ich. Wovon redest du da, Mama? Sie erklärte mir, dass meine Krankheit Prosophobia ist. Angst vor neuen Gesichtern. Eine Phobie? Mama erklärte mir, dass Oma unter der gleichen Krankheit litt. Sie sah Monster und Dämonen in den Gesichtern von Fremden. Ich hatte nur angenommen, dass sie senil war. Ihre Symptome traten erst auf, als sie älter war. Deshalb lebt sie in einem speziellen Pflegeheim und nur Menschen, die sie wiedererkennt, dürfen sie besuchen. In meinem Kopf drehte sich alles. Alles, woran ich denken konnte, war Louis. Also rief ich ihn an und erzählte ihm, was mir passiert war. Er kam sofort vorbei und... Ich brach in Tränen aus, als ich ihn sah. Ich kann nicht glauben, dass das passiert ist. Was soll ich nur tun, Louis? Er nahm mich in den Arm und sagte, er würde mir helfen, darüber hinwegzukommen. Vielleicht waren es nur meine Nerven. Ich will mich normal fühlen. Er versprach, dass er mit mir gehen würde. Jeden Tag. Der erste Tag war die Hölle. Jedes Mal, wenn ich aufblickte, sah ich blutrünstige Gesichter. Ich konnte es kaum ertragen, aber Louis blieb die ganze Zeit an meiner Seite. Er sagte, er holte uns kurz ein Eis. Und plötzlich hörte ich eine vertraute Stimme. Er sagte, hey Süße, schön, dich hier zu treffen. Willst du Gesellschaft? Es tat so gut, jemanden zu sehen, der nicht wie ein Monster aussah. Auch wenn dieser nervige Typ aus der Schule war. Lächeln sagte ich, wie oft muss ich dir noch sagen, dass ich einen Freund habe. Nun, du siehst aus wie ein Mädchen, das zwei haben könnte. Eww, so schäbig. Gerade dann sagte er, oh hey, das ist mein Cousin. Und bevor ich was sagen konnte, tauchte ein fremder Typ vor mir auf. Oh, du bist das Mädchen, von dem er immer redet. Ciao, Bella. Dämon, schrie ich. Geh weg von mir, du abscheulicher Unheult. Was, bist du verrückt? Ich habe buchstäblich hunderte von Mädchen, die jeden Tag meine Insta-Stories anschauen, nur um zu sehen, wie ich meine Haare bürste. Louis kam angerannt und brachte mich schnell weg. Ich war erschüttert und Louis sagte mir, ich soll mich nicht umsehen, da viele Leute da sind. Ich versuchte, mich zu beruhigen. Ich fragte Louis, ob wir nochmal rausgehen können in den Park. Er sagte mir, dass ich mich nicht wirklich umsehen soll, da viele Leute da sind. Und er ist gleich wieder da. Aber er ließ mich lange warten. Inzwischen hatte mich meine Neugierde übermannt. Ich blinzelte mit den Augen, damit ich niemanden zu deutlich sehen konnte, und drehte mich um. Da saß Louis auf einer Bank, nicht weit entfernt, mit einer langbeinigen Blondine in einem roten Kleid. Als er endlich zurückkam, fragte ich, wer sie sei. Oh, sie ist nur meine ältere Nachbarin. Sie wollte Hallo sagen. Ich fühlte mich wirklich wütend, blieb aber auf der Heimfahrt ruhig. Das war definitiv nicht die Stimme oder die Beine einer alten Frau. Als ich nach Hause kam, sah ich Dads Auto draußen parken. Ich ging ins Wohnzimmer und er umarmte mich fest und sagte, er sei nicht in der Stadt gewesen und hätte mich so schnell wie möglich besuchen wollen. Schatz, warum kommst du nicht eine Weile zu mir? Papa wohnte auf der anderen Seite der Stadt und ich war mir ziemlich sicher, dass Louis mich dort nicht besuchen würde und ich wollte unbedingt rausfinden, ob er mich betrügt. Am nächsten Tag beschloss ich einfach, ihn damit zu konfrontieren. Ich bat Mom, mich zu seiner Wohnung zu fahren und gerade als wir in ein paar Häuser weiter waren, sahen Mom und ich, wie er einen langen Kuss mit einem blonden Mädchen austauschte. Und dann stiegen wir beide ins Auto und fuhren weg. Mom war mehr als wütend. Wie kann er es wagen? Niemals. In einer Million Jahren wird er so viel Glück haben, jemanden zu finden, der so schön und klug ist wie meine Bambina. Wenn er jemals wieder bei uns auftaucht, werde ich ihm die Ohren langziehen. Ich war verletzt, schockiert und wütend. Ich wollte keine Zeit damit verbringen, wegen diesem Idioten, der mich zum Narren hielt, unglücklich zu sein. Als wir nach Hause kamen, packte ich meine Taschen und sagte, Dad, er soll mich abholen. Ich musste weg. Louis rief mich jeden Tag an und schrieb mir SMS und schließlich nahm ich den Anruf an. Was? Wow, wer ist denn heute mit dem falschen Fuß aufgestanden? Willst du ins Einkaufszentrum gehen, Babe? Geht nicht. Ich bin für eine Weile zu Dad gezogen. Warum fragst du nicht die alte Nachbarin, die du gestern geküsst hast? Es herrschte eine Stille. Dann fing er an zu lachen. Sieht aus, als würde sich dein Zustand verschlimmern, Babe. Halluzionierst du jetzt? Louis, du bist ein furchtbarer, betrügerischer Lügner und wir sind fertig. Ach ja, ich habe sowieso genug von deinem ganzen aufmerksamkeitsheischenden Drama. Viel Glück. Ich hoffe, du wirst deine imaginären Freunde bald los. Vielleicht reden wir dann wieder normal, ja? Ich legte auf und warf das Telefon weg. Ich hatte die ganze Zeit nicht wissen können, dass er so ein Kind war. Ich versuchte, mich zu beschäftigen, aber es war schwer, da ich zu Hause festsaß und keine Freunde hatte. Und außerdem hatte ich meine Chance verpasst, auf die Uni zu gehen. Dad sagte, ich soll mich darauf konzentrieren, besser zu werden. Ich könnte es später nochmal versuchen, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich jemals ein normales Leben führen sollte. Mom rief mich an und fragte mich plötzlich, ob ich mich an Mike von meiner letzten Schule erinnerte. Natürlich tat ich das. Er war mein allererster Schwarm. Ich hatte Tagebücher, wo überall Mike mit Herzchen drauf standen. Mom sagte, sie hätte ihn neulich getroffen und er hätte nach mir gefragt. Und sie hätte ihm alles über meinen Zustand erzählt. Er sagte, er will sich wieder mit dir in Verbindung setzen und sie gab ihm die Nummer. Ich war irgendwie aufgeregt, von ihm zu hören und tatsächlich, einen Tag später schickte er eine Nachricht. Hey, hier ist Mike. Ich hoffe, dir geht's gut. Es ist schon lange her, dass wir uns gesehen haben. Und von da an fingen wir an, jeden Tag zu reden. Mein Herz machte jedes Mal einen Sprung. Wenn ich eine Nachricht bekam, ich hab mich verliebt. Als es für mich an der Zeit war, Dads Wohnung zu verlassen und zurück zum Mom zu gehen, sagte Mike, dass er gerne zu mir kommen würde, um mich zu sehen. Es gab nichts, was ich mehr wollte, als ihn zu sehen. Aber ich hatte solche Angst, dass ich ihn als Monster sehen würde und das würde alles zwischen uns ruinieren. Am nächsten Abend vor seinem Besuch ging ich nervös im Wohnzimmer auf und ab, als es an der Tür klingelte. Mom lächelte mich an und ging. Mein Herz klopfte, als würde ich gleich in Ohnmacht fallen. Würde ich Mikes Gesicht sehen können? Ich schloss meine Augen. Ich spürte, wie er sanft meine Hand nahm. Er roch gut. Hey Mia, mach die Augen auf. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich tat es und sprang ein wenig zurück. Er trug eine Maske und eine Sonnenbrille. Ich sollte keine Angst haben. Ich dachte, wenn du mich besser kennenlernst, wird es dir leichter fallen, mein Gesicht so zu sehen, wie es wirklich ist. Bis dahin behalte ich alles auf. Wir fingen an, uns zu treffen und ich war nie glücklicher. Wir gingen in den Park und am Strand spazieren. Aber ich konnte ihn nicht direkt ansehen. Eines Tages war Mama wirklich müde und brauchte Lebensmittel fürs Abendessen. Also bot ich an, allein zu gehen. Sie lehnte ab, aber ich bestand drauf, dass es mir in letzter Zeit viel besser ging und ich mich meinen Ängsten stellen wollte. Ich behielt meine Baseballcap auf und achtete darauf, niemanden direkt anzusehen, außer die Dinge, die ich brauchte. Aber an der Kasse machte ich einen großen Fehler. Ich schaute in das Gesicht des Kassierers. Oh mein Gott, furchterregend! Alle sahen aus wie Kannibalen. Ich hatte das Gefühl, als würden mich alle packen wollen. Ich musste hier raus. Ich ließ meine Einkaufstasche an der Theke stehen und rannte aus dem Laden. Ich konnte nicht aufhören zu weinen und versuchte, nach Luft zu schnappen. Ich lehnte mich an die Wand und begann mit zitternden Händen Moms Nummer zu wählen. In diesem Moment hörte ich eine Stimme. Lange nicht gesehen, Billissima! Was ist denn los? Louis! Er versuchte mich zu umarmen, aber ich schob ihn weg. Dann hörte ich Mikes Stimme. Hey, bist du okay? Belästigt dich dieser Typ? Louis drehte sich zu ihm um und sagte, ich bin ein alter Freund, Trottel. Mia, wer ist dieser Freak mit Maske? Ich nahm Mikes Hand und sagte, er ist mein Freund, Louis. Plötzlich fing Louis an zu gackern. Ernsthaft? Dieser Typ, Babe! Du verdienst es, in Armen von jemandem zu sein, der hübsch ist. So hübsch wie ich. Ruf mich an, wenn du ihn abserviert hast. Ich wollte nicht eine Minute länger dastehen und ihm zuhören. Ich nahm Mikes Hand und ging weg. Er sagte, er sei vorbeigekommen, um mich zu sehen und als Mami ihm sagte, ich sei allein draußen, sei er mir gefolgt. Als wir nach Hause gingen, sagte er, Mia, was haben die Ärzte gesagt, dass du von deinem Zustand erzählt hast? Ehrlich gesagt, war ich nie bei einem Arzt. Meine Oma hatte das Gleiche. Er schaute schockiert. Er konnte nicht glauben, dass ich nie um Hilfe gebeten hätte. Dann machte er sofort einen Termin beim Spezialisten. Bald darauf machten wir uns auf den Weg zum Arzt. Er und meine Eltern kamen mit mir. Nachdem wir dem Arzt alles erzählt hatten, sagte er, dass mein Zustand wahrscheinlich durch Stress ausgelöst wurde. Er sagte, dass es zwar eine sehr seltene Erkrankung sei, aber er Fälle von Patienten gelesen hatte, die die Phobie überwunden hätten. Der Zustand ist nicht wirklich so beängstigend wie das, was sie erleben. Sie lassen sich von der Angst leiten und ihr Verstand übertreibt alles. Sie müssen das trainieren. Als wir die Arztpraxis verließen, begann ich Hoffnung zu schöpfen, dass ich eines Tages, wenn ich mich weiter anstrenge, wieder normal sein würde. Mike drückte meine Hand und sagte, er wird alles tun, um mir zu helfen. Am nächsten Tag bekam ich eine Nachricht von einer Schulfreundin, die mich zu einer Wiedersehensparty bei ihr einlud. Ich beschloss, dass ich hingehen würde. Ich würde dort bereits jeden kennen und es gäbe keine neuen Gesichter, vor denen ich Angst haben müsste. Mike war super glücklich, mit mir zu gehen und konnte nicht aufhören, mir zu sagen, wie umwerfend ich aussah. Ich fühlte mich heute Abend wie mein altes, selbstbewusstes Ich. Ich kannte jeden und es fühlte sich so gut an, nicht auszuflippen. Wow, du wirst aber von Tag zu Tag schöner, oder? Ich hab dich sehr vermisst. Und bevor ich mich versah, legte er sie Hand um meine Taille und zog mich zu einem Kuss ran. Ich stieß sie mit aller Kraft weg, die ich hatte und er landete auf dem Tisch und warf das Essen um. Was ist los mit dir? Bleib weg von mir! Alle starrten uns fassungslos an. Louis sah gedemütigt und verwirrt aus, als seine Freunde ihm aufhalfen. Ich griff nach Mikes Hand und wir verließen die Party. Ich war immer noch sehr aufgewühlt, als wir nach Hause kamen. Mike hielt meine Hand und versuchte mich zu beruhigen und ich fühlte mich besser. Ich wollte gerade aus dem Auto aussteigen, aber er ließ meine Hand nicht los. Er sagte leise, du siehst heute Abend so schön aus. Ich möchte dich wirklich küssen. Mein Herz raste. Ich sagte, Mike, ich will das auch, aber ich bin noch nicht bereit, dein Gesicht zu sehen. Er sagte, nun, vielleicht bist du es. Du wirst es nicht wissen, wenn du es nicht versuchst. Der Arzt hat gesagt, dass du übertreibst. Ich zog meine Hände wütend weg, meine ganze Wut kochte über. Du denkst also, dass ich mir alles ausdenke, nicht wahr? Genau wie Louis. Niemand versteht wirklich, was ich durchmache. Lasst mich einfach in Ruhe. Jetzt brach ich in Tränen aus. Am nächsten Tag fühlte ich mich schrecklich wegen dem, was ich zu Mike gesagt hatte. Ich wusste, dass ich unfair gewesen war und er hatte nichts getan, außer mich zu unterstützen. Ich rief ihn an, aber er nahm nicht ab, während ich weinend ein Video von meinem Lieblings-YouTube-Kanal meine animierte Geschichte schaute, in dem es um ein Mädchen ging, das ständig Gesichter verwechselte, klingelte es. Niemand war zu Hause und ich rannte nach unten. Es war Louis. Ernsthaft? Was muss ich tun, um dich loszuwerden? Hör zu, ich bin nur gekommen, um mich zu entschuldigen. Ich habe eine Überraschung für dich. Und bevor ich überhaupt reagieren konnte, kamen vier Mädchen direkt hinter ihm rein. Ich schrie auf, als ich ihre Gesichter sah. Sie sahen aus, wie aus einem Horrorfilm. Ich weinte und rollte mich mit geschlossenen Augen zu einem Ball zusammen. Mike schrie, was glaubst du, was du da tust, du Verrückter? Ich konnte nicht anders. Ich schaute auf und sah, wie Mike Louis schlug und ihn zu Boden warf. Die Mädchen rannten schreiend weg. Mike packte ihn am Kragen und sagte, ich werde eine einstweilige Verfügung gegen dich erwirken. Lass dich nie wieder in Mias Nähe erwischen. Louis krabbelte weg wie ein Kaninchen, während Mike zu mir kam und mich umarmte. Mike sagte, es tut mir so leid, Mia. Ich hätte nicht versuchen sollen, dich zu etwas zu zwingen, wozu du noch nicht bereit warst. Ich will dir nur helfen, gesund zu werden. Ich weiß nicht, ob ich das überwinden kann. Ich habe das Gefühl, dass es mein Leben für immer kontrollieren wird. Die Menschen sind nicht alle schlecht wie Louis. Die Welt ist von guten Menschen, voll wie dir und mir. Sieh dir die guten Seiten der Menschen an. Niemand will dir wehtun, Mia. Seine Worte waren so beruhigend. Mike sagte mir, wenn ich bereit sei, würde er mit mir in den Vergnügungspark gehen. Wir werden viel Spaß haben. Denk drüber nach. Ich weiß, dass du es schaffst. Ja, ich werde es tun. Hier sitzen und nichts tun macht mir mehr Angst als Monster. Am nächsten Tag nahm ich Mike mit in den Park. Ich spürte eine wunderbare Kraft in mir. Ich hob den Kopf und glaubte tief in mir, dass ich meine Angst überwinden würde. Ich schaute um mich herum und die Gesichter erschienen immer noch verzerrt. Aber dieses Mal war es anders. Ich hatte immer noch ein wenig Angst, aber die Angst kontrollierte mich nicht. Ich konnte sie kontrollieren. Als wir auf dem Riesenrad saßen, sah ich zu Mike hinüber und fühlte mich wie das glücklichste Mädchen in der Welt. Jemanden wie ihn zu haben. Ich flüsterte, Hey Mike, ich glaube, ich bin bereit, dein Gesicht zu sehen. Mit einem tiefen Atemzug nahm er seine Maske und Brille ab und ich schnappte nach Luft. Ich hatte noch nie einen Mann mit so schönen grünen Augen gesehen und dieses umwerfende Grübchengesicht. Ich fing an zu weinen. Ich kann dich sehen. Ich sehe kein Ungeheuer. Ich sehe dein Gesicht, Mike. Er sagte, Ich wusste, dass du es siehst. Er zog mich an sich und wir hatten den magischsten Kuss im Himmel.